In der Ukraine wollen Experten der Internationalen Atomenergieagentur IAEA heute das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporizhia untersuchen. Dort war es am Wochenende zu mehr als einem Dutzend Explosionen gekommen. IAEA-Chef Grossi sprach von gezielten Angriffen und nannte die Lage extrem beunruhigend. Durch den Beschuss wurden mehrere Gebäude, Systeme und Ausrüstung getroffen. Die Reaktoren sind aber offenbar nicht beschädigt. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, das Gelände des Atomkraftwerks anzugreifen. Nach ihrem Rückzug aus Kherson auf das Ostufer des Flusses Dnipro bauen russische Soldaten dort, nach Angaben aus Kiew, neue Abwehrstellungen aus. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte entsprechende Aufnahmen ohne Ortsangabe. In den befreiten Gebieten kehren nach und nach geflohene Ukrainer zurück, um festzustellen, was von ihren Ortschaften noch übrig ist. Zahlreiche Dörfer sind komplett zerstört. Seit Kriegsbeginn hat Russland nach ukrainischen Angaben knapp 4700 Raketen auf das Land abgefeuert. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht will nach dem Raketeneinschlag in Polen die Luftverteidigung der NATO verbessern und das Nachbarland unterstützen. Dazu habe sie Polen, Patriot, Luftverteidigungssysteme und Eurofighter angeboten, sagte sie der Rheinischen Post. Beides komme bereits in der Slowakei zum Einsatz. Anfang vergangener Woche waren in Polen zwei Menschen durch eine offenbar fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete getötet worden. Nach dem Ende der UN-Klimakonferenz in Shamil Sheik hat die Bundesregierung überwiegend enttäuscht auf die Vereinbarungen reagiert. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck sagte der Funke Mediengruppe, das Ergebnis könne, so wörtlich, nicht wirklich zufriedenstellen. Es sei aber zumindest ein Rückfall hinter die Vereinbarungen von Paris und Glasgow verhindert worden. Klimagipfel der Kleinmütigkeit, was die Klimaschutzfortschritte im Verhandlungsprozess angeht. Was nochmal ein bisschen was anderes ist, verglichen mit dem, was wirklich passiert. Da sieht es etwas besser aus. Und ein Klimagipfel der großen Verantwortungslücke einerseits, was China angeht, selber Verantwortung zu nehmen als inzwischen größter Klimagasemittent der Welt. Aber auch der Amerikaner, die chronisch zu wenig auch bezahlen, was wir versprochen haben zu den 100 Milliarden für die Entwicklungsländer. In Paris beginnt eine weitere Unterstützungskonferenz für die Republik Moldau. Das Land ist eins der ärmsten in Europa, hat aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Hunderttausende Geflüchtete von dort versorgt. Für Deutschland nimmt Bundesaußenministerin Baerbock an der Unterstützungskonferenz teil und kündigte bereits vorab neue Hilfen an. Später soll sich Baerbock noch mit dem französischen Präsidenten Macron treffen.